Wie ist die Prägeinsätze von Bosch? Ricola setzt seit den 80er Jahren die Prägeinsätze von Bosch ein und damit sind wir sehr zufrieden. Die Bosch Prägeinsätze sind sehr langlebig. Wir haben auch regelmäßige Inspektionen als Präventivmassnahme. Die Prägeinsätze, wie laufen bei uns so zwischen 10, 12, 13 Jahre sind die in der Produktion. Bosch nimmt uns als Kunde sehr ernst. Sie gehen auf unsere Wünsche ein. Wir haben auch dieses Prägeinsatzlager realisiert. Wir in der Ricola haben sehr viele Prägeinsätze und hier mit diesem Lager haben wir das zentralisiert. Und vom Handling her ist auch dieses Prägelager hier sehr einfach für die Mitarbeiter. Die Prägeinsätze lassen sich leicht wechseln und dies wird durch den Operator durchgeführt. Die Prägeinsätze lassen sich leicht wechseln und dies wird durch den Operator durchgeführt. Und dies erfüllen die Prägeinsätze von der Firma Bosch. Und dies erfüllen die Prägeinsätze von der Firma Bosch. Die Prägeinsätze von der Firma Bosch.